Unser Hands-on Video der Kamera Das neue Bridge-Kamera-Spitzenmodell von Sony und zugleich auch die erste Bridge-Kamera der ausgezeichneten RX-Serie ist die Sony Cybershot RX10. Diese besitzt den 1,02 Bildsensor der Sony Cybershot RX102. Da sich bei diesen beiden Sony Modellen das Objektiv nicht abnehmen lässt und wir Ihnen deshalb den Bildsensor nicht zeigen können, demonstrieren wir Ihnen in unserem Hands-on Video dessen Größe anhand einer Nikon 1 AW1. Diese Systemkamera besitzt einen Bildsensor mit identischen Abmessungen. Neben dem Bildsensor ist bei der Sony Cybershot RX10 natürlich das Objektiv ein absolutes Highlight der Kamera. Es deckt mit seinem 8,3-fach Zoom und 24- bis 200mm Kleinbild-Aquivalent einen wesentlich größeren Brennweitenbereich als die RX102 ab. Die größte Blendenöffnung des Vario Sonate Objektivs von Carl Zeiss liegt bei f2,8 und das bei jeder Brennweite. Die Brennweite können Sie dabei nicht nur über den Brennweitenregel am Fotoauslöser in zwei Stufen verändern, sondern auch über den vorderen der beiden Einstellringe am Objektiv anpassen. Im Menü kann sich zudem zwischen einer stufenlosen Wahl oder der Ansteuerung der am Objektiv markierten Brennweiten entschieden werden. Im manuellen Modus wird mit diesem Einstellring außerdem scharf gestellt. Mit dem Hinterren der beiden Objektivringe wird die Blende in Drittelstufen von f2,8 bis f16 verändert. Auch hier stehen wieder zwei Optionen zur Verfügung. Zum einen lässt sich die Blende gerastert verändern, zum anderen auch ohne Widerstand. Letztere Lösung ist dabei im Gegensatz zu ersterer vollkommen geräuschlos, was bei sehr ruhigen Umgebungen sinnvoll sein kann. Die Wahl zwischen diesen beiden Modi bietet sich an der Unterseite des Objektivs per Schiebeschalter. Ebenfalls auf der Vorderseite, jedoch links neben dem Objektiv wird der Fokusmodus mit einem weiteren Schalter gewählt. Auf der linken Kameraoberseite befindet sich bei der Stony Cybershot RX10 das Programmwehrrad mit zehn Programmen. In der Mitte klappt das Blitzgerät per Knopfdruck heraus. Mangels Platz wurde dieses sehr flach konstruiert und besitzt daher einen etwas hakeligen Klappmechanismus. Hinter dem Blitz ist der Zubehörschuh positioniert, der unter anderem auch für die Befestigung eines Mikrofons genutzt werden kann. Auf der rechten Oberseite wurde der Brennweitenregler mit dem Fotoauslöser und dem Ein- sowie Ausschalter kombiniert. Die C-Taste lässt sich mit einem Parameter frei belegen und über das Wählrad dahinter kann die Belichtungskorrektur in Drittelstufen um plus bis minus drei Blendenwerte verändert werden. Wie von höherklassigen Spiegelreflexmodellen bekannt, besitzt die RX10 zudem ein oberseitiges Kontrolldisplay, über das sich unter anderem die Verschlusszeit oder der Akkuzustand kontrollieren lassen. Das Display kann bei Bedarf per Taste orange beleuchtet werden. Auf der Kamerarückseite fällt natürlich zuerst das 3,0 zur große und nach oben sowie unten klappbare Display ins Auge. Dessen Auflösung fällt mit 1,23 Millionen so Pixel sehr hoch aus, auch die Einblickwinkel sind groß. Über dem Display befindet sich der elektronische Sucher, der per Augensensor automatisch bei Annäherung aktiviert wird. Links daneben lässt sich in das Menü wechseln. Hier kann, und das ist neu für die RX-Serie, ein optisch ansprechendes Kachelmenü vor das eigentliche Menü geschaltet werden. Videos lassen sich bei der Sony Cybershot RX10 direkt per Taste starten, daneben wird die Verschlusszeit gewählt. Ebenso kann über die Rückseite die Belichtung gespeichert werden und es lässt sich das Funktionsmenü aufrufen. Hier hat man Zugriff auf weitere Einstellungen wie den Bildfolgemodus, das Fokusfeld oder den Messmodus. Das zweite rückseitige Einstellrad dient zum verändern der Displayeinblendungen und lässt sich mit fünf Einstellungen frei belegen. Vier Tasten des Einstellrades lassen sich zudem mit jeweils 42 verschiedenen Funktionen belegen oder nach Wunsch auch einzeln deaktivieren. Darunter wird über eine Taste in den Wiedergabemodus gewechselt und Bilder oder Videos lassen sich löschen. Über die rechte Kameraseite werden die SD-Speicherkarte oder den Memorystick von Sony eingesteckt. Hinter zwei Klappen auf der linken Seite lassen sich vier Schnittstellen erreichen. Hier können ein Mikrofon und ein Kopfhörer eingesteckt und beispielsweise eine Fernbedienung sowie ein externer Monitor angeschlossen werden. Bilder lassen sich dabei sogar mit 4K-Auflösung ausgeben. Mit Strom versorgt wird die Sony Cybershot RX10 über einen auf der Unterseite erreichbaren 1080 mAh starken Akku. Per WLAN können von der Sony Cybershot RX10 Bilder drahtlos auf ein Mobilgerät übertragen werden, DAC NFC ist die Verbindung zwischen beiden Geräten dabei schnell und einfach hergestellt. Ebenso besteht die Möglichkeit zur Fernsteuerung der Kamera per kostenloser Playmemories App. ... ... Vielen Dank.